Hallo, mein Name ist Dr. Brian Hutchison. Und was ist die eine Übung, die eigentlich schon jeder von uns früher gesagt bekommen hat, was man tun soll, und die uns schädigen wird? Ja, die Schultern zurückziehen. Also die Haltung, die man hier sieht, schön die Brust raus und die Schultern zurück, das ist die Übung, die einen schädigt. Ich werde dir demonstrieren, dass das nicht gut ist, und dass es über die Zeit zu Schulter-Depinchement und härteren Problemen führen kann. In einem Moment werde ich dann die Schultern zurück tun, in die super gute Haltung der Vergangenheit, und wir werden dann überprüfen, wie das Blut aus meinem Kopf über die Arterie, über die Jugula-Vene, abfließen kann. Und was es für einen Unterschied macht, wenn du deine Schultern weit machst und etwas nach vorne drehst, so wie du ausschaust dann, wenn du eine Statue bist, so wie von hunderten von Jahren, oder ein Balletttänzer. So, du wirst das Video jetzt hier kurz sehen. So, also wir sehen jetzt hier die Jugula-Vene, wie sie zusammengepresst ist. Er hat die Schultern nach hinten. Und jetzt öffnet er die Schultern so nach vorne, Shoulder-Rounded-Position nach vorne, und ihr seht, wie die Jugulares aufgeht. Jetzt zieht er sie wieder nach hinten, und ihr seht, wie sie insbesondere auf der linken Seite des Bildes wieder enger wird. Jetzt geht er mit der Schultern wieder nach vorne, und sie macht wieder auf. Seht ihr das? Das ist sehr, sehr gut zu sehen. Also, wenn du jetzt in der aktuellen Zeit lebst, und die meisten haben eine suboptimale Halsübersäule, wo der niedrigere Nacken nach vorne fällt, dann zwickt dir den Fluss der Jugula-Vene ab, und somit wird das Gehirn nicht mehr entsprechend mit Blut versorgt, weil das Blut ja nicht abfließen kann. Also, lass den niedrigeren Nacken nicht nach vorne zusammenfallen. Also, es gibt ganz wenige, die es nicht bekommen, wenn sie diese Position haben, aber die meisten meiner Patienten hilft es, wenn sie diese leichte Rundung nach vorne haben und den Nacken nach hinten oben ziehen. Danke, vielmals. Danke sehr, 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 sehr am Hals. Und euer Brian Hutchison. Danke, vielmals.